Um den Klimawandel zu bekämpfen, brauchen wir nicht unbedingt noch neue Konzepte, neue Technologien. Das ist alles da. Was wir brauchen, sind andere Energien in der Gesellschaft, den Mut zu experimentieren, auch sozusagen Liebgewonnenes zu hinterfragen. Und ich glaube, gerade solche Interventionen, die brauchen den Brückenschlag zur Kunst und Kultur. Und das macht die Arbeit der Neuen Allianz Stiftung so spannend. Also ich wünsche mir eigentlich, dass die nächste Generation ein Stück mehr jetzt auch schon das Zepter übernehmen kann. Also sie versucht es ja durch ganz, ganz viele Bewegungen. Wir sollten ihr mehr Raum lassen, weil ich glaube, diese nächste Generation hat sehr klar im Blick, was es braucht. Und wir sollten sie sehr viel mehr lassen dabei. Für empowered Menschen, für open societies, für eine lebende Planet, für Generations. Allianz Foundation